Deswegen werden wir ja auch ganz definitiv nicht nur einmal impfen müssen. Ich glaube, wir sind uns ja alle einig, dass der Prozess des Impfens länger gehen muss, mehrfach gehen muss, auch mehrere Jahre gehen muss, um tatsächlich einen Impferfolg zu haben. Also keiner darf jetzt glauben, zweimal gepixt und das war es schon. Das wird Alltag der nächsten Jahre werden. Und um zu verhindern, dass wir nicht in eine Entschlossschleife kommen, das ist ja das eigentlich, was alle so beschwert. Wir können mit zwei kleinen Pieks, die der Staat umsonst zur Verfügung stellt, oder die umsonst zur Verfügung gestellt wird, können wir aus dieser Endlosschleife rauskommen. Bislang gelingt das aber nicht. Keiner darf jetzt glauben, zweimal gepixt und das war es schon. Wir können mit zwei kleinen Pieks, die können wir aus dieser Endlosschleife rauskommen. Keiner darf jetzt glauben, zweimal gepixt und das war es schon. Wir sehen uns auf Hei-Schulster.de mit zwei kleinen Pieps Vielen Dank.